Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich bin der Jakob und ich habe den Rozi mit. Hallo. Wie versprochen, im gestrigen Video gibt es heute das Video zum Community-Kalender. Für alle, die das gestrige Video nicht gesehen haben, ich würde euch sehr empfehlen, da noch reinzuschauen. Ich werde euch das in der Infobox verlinken und im Abspann in der Infocard. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr das geguckt habt, sofort da draufklicken. Gestern haben wir uns über das Update, das hier auch gleich behandelt wird, am 28. Februar, also nächste Woche, unterhalten. Ich glaube, das könnte auch noch ganz interessant für euch sein. Leute, denkt dran, am 28. Februar gibt es den Update-Stream auf Twitch. Da warten wir immer gemeinsam, dass die Server wieder online kommen. Schaut vorbei, ist unten alles in der Infobox verlinkt. Wir schauen uns den Community-Kalender an, und zwar Februar, März bis Juni. Was kommt auf uns zu, lieber Rozi? Ich bin gespannt. Denken wir los. Launch von Mutationsinvasion. Das ist jetzt das kommende Update. Season 12, Rip Darling und die Kryptidenjagd. 28. Februar, Patch 42, Mutationsinvasion und Start von Season 12. Wenn ihr euch fragt, was da auf uns zukommt im Detail, das fragen wir uns auch. Denn alles, was wir an Informationen haben, haben wir im gestrigen Video aufgearbeitet, und das ist nicht viel. Aber macht euch selbst ein Bild. Trotzdem, Season 12, das ist das, was wir wissen, und halt so ein paar andere Kleinigkeiten, die wir eh im gestrigen Video behandelt haben. Aber, ja, schauen wir. Ich lasse das jetzt mal außen vor. Das haben wir ja schon drüber geredet. 9. bis 13. März gibt es Doppelmutationen und reichlich Kronkalken. 16. bis 20. März gibt es Doppelscore. 23. bis 27. März Minerva-Sonderangebot der Jagd nach den Schatzsuchern und Doppelmutationen. Schatzsucher? Das ist ja schon mal nicht schlecht, oder? Ich hoffe, dass wir endlich neue Baupläne bekommen, Otzi. Ja, ich hoffe auch, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich wage es auch zu bezweifeln. Am 30. März bis zum 3. April gibt es dann gruselige Verbrannte. Was ist denn am 30. März, dass es da gruselige Verbrannte geben könnte? Keine Ahnung, aber das scheinen die Halloween-Verbrannten zu sein. Okay, Halloween ist vorgezogen im Community-Kalender. 30. März bis 3. April gruselige Verbrannte, Scheine, Segen und Gold. Vielleicht ist es auch ein April-Scherz. Besser, über den 1. April weg. Habt man ja auch letztes Jahr irgendwas, gell? April-Scherz-mäßig in Fallout. Irgendwas war. Ist gut möglich. Ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern. Wenn ihr das noch wisst, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Irgendwas hat man am 1. April, weil da irgendwie war. Irgendwas war. Im April... Jänner, Februar, März? Also dann haben wir den März. Und am... Im April haben wir dann Patch 43. Okay. Aber da steht jetzt nicht, an welchem Tag, oder? Nee. Okay. Patch 43. Interessant. Gut. Vielleicht kriegen wir da noch genauere Informationen. Es gibt auf jeden Fall die gruseligen Verbrannten. Dann gibt es vom 6. bis zum 10. April legendäre Lieferantinnenangebote und Doppelmutationen. 20. bis 24. gibt es Doppelmutationen. Noch mal Doppelmutationen. 25. bis zum 9. Mai. 25. April bis 9. Mai gibt es Mottenmann. Und vom 27. bis 1. Mai gibt es Minerva-Sonderangebote und Doppelscore. Sehr... Ja, bitte? Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass der Patch dann vor dem Mottenmann-Aquarium kommt. Das könnte sein, ja. Auch halt nichtssagend, gell? Ein Datum für den Patch. Nicht, um was es gehen wird. Ein großes Nichts. Naja. Gehen wir zum Schluss drüber. Mai haben wir dann von 4. bis 8. Doppel-EP wieder und Doppelmutationen. Also das nächste Mal Doppel-EP. Das ist tatsächlich wirklich im Mai, gell? Dann vom 11. bis zum 15. Mai reichlich Kronkorken. Von 25. bis 29. Mai jagt nach dem Schatzsucher. Ja, halt das Banner des Mais hier so hinten mit dem Mottenmann mit den zwei roten Augen und sonst eigentlich gar nichts. Passt gut zu dem, was wir vorgesinnt bekommen haben. Gar nichts. Nämlich im Juni haben wir dann von 1. bis 5. Juni... Okay, wenn die Sterne günstig stehen. Season 13, Griff nach den Sternen. Okay. Also dann im Juni die neue Season. Scheinesägen von 1. bis 5. Die Sterne günstig stehen. Eine Erweiterung des Alien-Events vielleicht, hm? Oder einfach nur, dass bei Angreifer aus dem All geht erst, gibt's erst wieder vom 20. bis 4. Juli, Rotzi. Ich kann mir vorstellen, dass dann die neue Season beginnt. Eben wieder mit dem Alien-Thema. Das stimmt. Ja, das wär krass, wenn wir wieder nur Aliens bekommen und nicht irgendwie was Neues. Content vor allem mal. Content wär wichtig. Fests. Irgendwas. Ein Endgame wär toll. Ja, also ich muss jetzt mal ganz ehrlich sein zu euch. Das ist ernüchternd. Ernüchternd wenig. Ich bin schon ein bisschen geschockt. Ich hab mir da erstens mehr Informationen erwartet und zweitens mehr Content. Das fühlt sich für mich jetzt gerade so an, als wie letztes Jahr haben wir noch mal ein bisschen rausgehauen. Und jetzt gucken wir mal 2023, wie lange das ohne große Updates läuft. So fühlt sich das für mich an. Ich hoffe, dass ich da eines Besseren belehrt werde. Aber das ist nicht viel. Gott sei. Ja, es ist mehr of the same. Und ich will ja nicht orakeln und eine Runde Spekulatius verteilen. Aber im Mai, wie du ja selber auch schon gesagt hast, ist gar nichts. Und wenn man schon gar nichts hat und die Leute trotzdem locken möchte mit irgendetwas, dann haut man ein Doppel-EP-Wochenende rein. Weil es könnte ja sein, dass dann nicht so viele Leute Fallout zocken, sondern ein anderes Spiel aus dem Bethesda-Universum. Möglich, ja. Dass es da eine Kombination gibt, dass das auf Starfield abgestimmt ist. Ja. Leute, ich muss ehrlich zu euch sein. Wenn das alles ist, was wir kriegen, dann wird das den Spielerzahlen nicht gut tun. Und dann... Müssen wir schauen, wo wir bleiben. So hart, wie das klingt. Oder? Ja, es ist nichts Neues für das erste halbe Jahr jetzt. Also bisher, wir haben schon Ende Februar. Und wenn man bis Ende Juno schaut, dann kommt da eben auch nichts Neues außer dem Spielbrett, woran die externen Studios ja arbeiten. Aber sei es jetzt neue Events oder vielleicht sogar Story-Content, sucht man leider vergeblich. Ja. Ich muss ehrlich zu euch sagen, Leute, wenn die uns kein Content geben, dann kann ich oder können wir als Content-Creator auch ja kein Content-Createn draus. Wisst ihr, was ich meine? Also das Grundgerüst ist das Game. Und wir spielen jetzt vier Jahre und es gab Höhen und Tiefen. Aber das ist jetzt Content-Technisch nicht ein Game, wo man ewig draus schöpfen kann. Wir als Creator müssen uns dann irgendwie auch was einfallen lassen. Beziehungsweise irgendwann ist dann halt Mühe zu, wie man in Österreich sagt, für die, die aus Österreich sind und meine Videos schauen. Also irgendwann ist dann mal nichts mehr zu tun. Ich hoffe halt, dass Starfield dann bald kommt und das war Starfield. Also Starfield wird auch auf diesem Kanal behandelt werden. Es wird auch Starfield-Videos auf meinem Kanal geben. Ah, das ist nicht, Rotzi. Ja. Ja. Enttäuscht. Ich auch enttäuscht. Leute, schreibt uns gerne in die Kommentare oder schreibt uns bitte in die Kommentare, was ihr drüber denkt. Lasst uns diskutieren. Wichtig. Wichtig, ganz wichtig, dass wir kommunizieren. Die Videos, lasst uns das Video pushen, damit da mehr Leute sich beteiligen können an der Diskussion. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren und in die Kommentare schreiben, was ihr euch drüber denkt. Ja. Ich kann nur sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Stream, im nächsten Video in Appalachia. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.